Ja, Ina? Hallo? Ähm, wieso, was heißt live? Dass ich gerade live bin. Okay, dann geh ich lieber hoch. Buddy left your channel. Oh Gott. Erstmal, hallihallo, ihr lieben Herzen, ganz anders. Okay, der Anfang war jetzt gerade ein bisschen cringy-dingy. Aber gut, das hindert uns jetzt nicht. Das hindert uns jetzt nicht. Oh, halt, das war okay. Okay, nochmal. Puh, das hindert uns jetzt nicht daran, ähm... Ähm... Ja, die letzten Vorbereitung... Wie heißt eigentlich das? Guten Tag. Na ja, ist der Glühstrumpf. Ich hab das nicht mehr gewählt. Hallo, irgendwas stimmt in meinem YouTube-Studio. Irgendwas. Ah, nee, verstehe ich nicht. Okay, gut. Hallo! Ja, hallo an die Leute, die gerade alle eintuggeln. Auch wenn sie viele, es ist eine Gare. Wir werden heute die letzten Vorbereitungen für den Wundervollen Stream am 22.09. machen. Die allerletzten. Ich verspreche es. Vielleicht springe ich morgen nochmal, aber die allerletzten. Und ich würde sagen, ich mache Werbung. Okay, ist der Status... Okay, vielleicht schreib ich noch lieber keinen. Vorbereitung zum B-Day. Positiv! Wusch! Also... Mich spammen gerade irgendwelche Menschen zu. Das ist mir aber egal. Hu! Erstmal auf CB1. Denn ich möchte euch ja natürlich auch mal zeigen, was genau... Ähm... Ich... Leck! Erstmal ganz kurz. Hallo! Hallo! Hallo schreiben! Ups, da war ein H zu viel. Egal! Peace out! Oh, guck mal, wie erotisch. so ich schläge wie ein stück aber das ist doch das ist doch noch mal so wir gehen mal zu meinem das war mein erstes so wir gehen mal zu meinem neunten da seht ihr schon das muss ich noch auf ok positiv ihr habt gesehen so erst mal ja na tickt der kopf im weg alle bitte hallo wer ist denn da sollen wir wieder weg gehen mir egal ist eure sache schön dass ihr hier seid da ist ein k seht ihr das leute das ist ein k das ist ein k ein k wenn er jetzt noch ein o wäre wäre glücklich auf smiley dann ein frisch menschen das ist einfach ein k warum denn nicht und was das ist ein missgeburten k ich hab einfach ein k das decktaback ist komisch aber nicht nur decktaback ich auch ich finde es jetzt sehr toll dass ich hier so menschen im untergrund habe und ich ich ähm hallo ja wir werden heute auf jeden fall die restlichen sachen vertreten und ich muss nachher noch die touren hier einmal in den land positiv hui ich hab das kack kaputt gemacht ich mach wieder positiv ich seh nix das texture pack ist zu dunkel alter wie sehen hier die öfen aus ich vergesse immer dass die meisten mit ähm mit texture pack spielen oder so jetzt seht ihr auch alles besser also das sind und ich erkläre euch mal was ich brauche also am 22.9. ist mein geburtstag wie jetzt mittlerweile alle hoffen die ich mitgekriegt hab so ich bin beide mal krank wie ihr seht sind hier ein paar öfen platziert und nicht nur ein paar, ein paar viele in den öfen befindet sich, hallo in den öfen befindet sich jeweils irgendwas drinne ähm und das muss man halt an dem tag dann suchen und wenn ihr das richtig gefunden habt dann wer ist eigentlich jetzt hier reingekommen kluge der heil kluge hallo jasmin ich hoffe ihr habt alle beachtet dass in meinem namen live steht ne niklas oh stopp channel switched gott so hm gut nochmal also in den dingern steht äh ist überall was drinne ähm hier haben wir auch noch trichter tatsächlich auf jeden fall ist hier überall was drinne so und ich brauch mehr öfen weil ich hab hier irgendwie nichts mehr an platz gehabt das werden wir heute alles machen das sind so warum hat die niklas den wieso hat der den gelben skin drinne der sollte den grün drin haben ach ich krieg nen anfall oh ok ähm wir werden heute die letzten besorgerinnen machen ähm ähm alter und werden gleich so ein bisschen auf scammersuche gehen und tatsächlich nebenbei auch ähm ein bisschen noch an dem geburtstagsevent arbeiten ich werd gucken ey by the way ne das ist das erste mal was ich mit Textrapback spiele hier ne ich hab ja immer gesagt ich spiel ich mit Textrapback eigentlich spiel ich ja nicht mit Textrapback das ist jetzt aber ne Ausnahme falls ihr euch fragt warum ich jetzt die Trichter abbauen und die den gelben lasse ich habe keine Lust ähm den ganzen scheiß wie ist denn das? achso genau den ganzen scheiß raus zu suchen weil ihr kennt doch jetzt man kann ja mit slash p slash p slash p egal versteht danke haben wir ja hier Useflex und Grundstückflex und das ist dann halt hier Grundstückflex sind ja so wie PvP, Explosion, Lurennutzung, Torfbewohner, jetzt ist das was ich meine ne? ähm und dann habt ihr die Useflex und dann seht ihr hier den Öfen den Ofen den Ofen den Öfen sorry ich bin müde den Ofen so der Ofen ähm ist muss ich sagen das Zeug was wir hier überall auf dem GS stehen haben woraus sich dann letztendlich bildet dass wir ähm da einfach drauf drücken nachher nicht jetzt nachher und können alles hier zugreifen das hätte ich nicht kein Apo-Event machen was sonst kommt hier nachher jemanden break und Effizienz 10 Spitzhacker und dann ist auf einmal alles weg also sowas gibt's ja auch wenn man die benutzen kann weiß ich nicht ich glaub wenn man die benutzt kann man die sogar benutzen ja deswegen ähm ähm ja es ist besser wenn ich dann lieber doch diese Snack benutze weil ich meine wozu ist sie denn da? für Leute die sie mir verraten wollen Leute falls ihr by the way Kabel ja in diesem wundervollen Gestüb hier drin findet ne ähm sagt mir bescheid ihr kriegt 5k ja denn die liebe Lena hat vergessen ihren Kabeljau hier rauszuholen die hat nämlich gesagt ja ach komm hier haben wir schon mal ein paar Öfen dann können wir auch mal eben ein Kabeljau braten hier hatten wir auch beide mein Gesicht drin ich hab davon ja auch ein Scream gemacht müsst ihr euch mal irgendwo reinziehen dann geht zwei oder drei Stunden okay guckt euch nicht an Lena hat das meiste auch tatsächlich hier drin versteckt guck mal hier beispielsweise ich zeig euch nicht gerade wie es gerade so fehlen aber es geht egal ja auf jeden Fall ähm hat Lena das meiste Zeug hier drin versteckt Mann bin ich langsam ich hab bis jetzt nur eine Sache gefunden naja gut auf jeden Fall hat sie da drin was versteckt und guck mal hier zum Beispiel ist ein Kopf drin ähm und hier ist auch ein Kopf drin warum wer hat das da versteckt? das war Hannes und das war Lena Bday Event von oh mein Gott wir haben das so süß signiert ich freu mich auf mein Bday wirklich so und mein Freund und mir ist es extrem wichtig dass wir für heute den schönsten Tag machen heute dass wir da dann heute also mit heute ich hab nen Endstein mitgenommen dass wir dann für heute den schönsten Tag meines Lebens machen also ach vergesst das jedes Versuch meiner also dass wir heute quasi den für den schönsten Tag machen meines Lebens dieses Jahr ähm alles vorbereiten so jetzt hab ich's gut äh das allererste was ich bräuchte ist mal ein Kopf drin ich muss Öfen craften ach ne das ist so ein Moster gut ich würd sagen wir verbissen uns mal ganz kurz in CW4 und fragen meine lieben Hannes der hat zwar schon genug von Öfen aber ich frag was dahin weil ich bin toll 1 2 3 4 3 4 3 und 2 4 und 3 und 3 bis zum nächsten Mal wie so hat jemand ich brauche ich bin quickson danke dafür und dann bin ich hier um meine die kreuz ein und einen halben steck ich habe das zwei, ich habe das zwei, ich habe das zwei, ich habe die zwei danke schön scheiße man oh gott das vergessen wir jetzt so schnell und der bruchstein danke by the way panda ich bedanke mich noch, ich muss mich gleich bedanken das zählt als wirflichkeh das zählt als wirflichkeh das muss man immer machen das ist geh vergessen so ich habe ja auch noch steine aber ja da war ich ich gebe dir Öfen uh er gibt's mir je 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 tm varios wehe ich krieg jetzt nicht starten weh 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 ich habe mich angelügt ach dann der ist da uah 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 stopp 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 stop Hallo. Putzeln. Putzeln. Ja, putzeln. Putzeln, putzeln, putzeln. Bienetrank. Guck mal, mein Name ist leichter einzugehen als deiner. Warte mal, wie ging das? Okay, also wir haben es jetzt geschafft, ein paar Öfen aufzutreiben. Aber da habe ich immer durch und die so bislang wie du zuschauer war, weil ich war nicht so viel Werbung und gehe nicht auf ein Zerber. Ich glaube, warum? Ja, putzeln, wenn du 100 Dollar brauchst, dann kriegst du 100 Dollar. Musst nicht mehr abonnieren, du kriegst auch so 100 Dollar. Musst halt auf CB1 kommen, habe keinen Bock zu wechseln. Hab nämlich nicht viel Geld, wie du siehst. Habe ich nur 2.600 Euro. Du kriegst doch gern 1.000, wenn du möchtest. Du musst nicht mehr abonnieren. Ich meine, wenn man Geld braucht, braucht man Geld. Und wenn man nix hat, dann hat man nix. Und jeder muss ja irgendwie am Anfang. Ich habe nur 2, das heißt, ich kann nur 2 Leuten von euch 1K geben. Ich meine, ich kann nicht die ganze Zeit im Streamchat gucken. Haha, Streamchat gucken. Wie ist das Falsche, oder? Ach nee, das war auch das Falsche, egal. So, also wir platzieren jetzt erstmal hier die Öfen. Oder? 2 an? Natürlich nicht. Na ganz toll. So, dann werde ich vielleicht... Ah, 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 ah. Oh Gott. Ey, ne, manchmal frage ich mich echt, was das ist. Ein, äh, Granate. By the way, auf diesem GS hier haben wir mal vor etwas längerer Zeit, ähm, tatsächlich, ich glaub's nicht, Bertros gespielt. Wir haben uns ein Wiegen genommen, weil wir hatten ja genug. Und haben dann Bertros gespielt. Das haben wir auch mal auf meinem Klagen erst gemacht. Als ich damals noch ein Klagen hatte. Also Puzzeln kommen auf cb1, ich gibt's hier. Schreib mir einfach ne msg. Bruder, pack nicht weg dir. Oho, wie ist denn das? Hey, wer bist du denn? Hallo? Wer bist du denn? Und wie hast du mich gefunden, du Stalker? Danke schön. Wer bist denn du? Hey, nein, Walter, schau auf. Wo kommst du denn jetzt her? Wo kommst du denn jetzt her? Oh, also nicht zu viel. Hör auf! Wo kommst du denn hier her jetzt? Warte mal, ich hab ne Idee. Warte mal kurz hier. Ich geb dir mal was. Mach mal auf. Guck mal. Guck mal. Guck mal was ich für dich hab. Guck mal. Aber warum denn? Das ist ja super süß. Oh mein Gott. Das finde ich voll toll. Ich pack das mal in meine Wichtigkiste. Guck mal hier. Guck mal hier. Freundesitems und Zeiss. Ich kann mich jetzt einfach mal zu Freundesitems. Und die wird sowieso mal auf cb4 kommen. Also, das kommt mit in meine Wichtigtrue. Das verspreche ich dir. Ja. Aber wer bist denn du? Du. Ich schreib dir mal per MSG. Du, ich hab Geld. Ich hab richtig viel Geld. Lass du was. Ich hab Geld. Ich hab verdammt viel Geld. Und was würde ich von mir Laust kern... Was habe ich mit? Assembly apertieren. Mach hin... Ach, Mann. Oh Gott. Ich geb die ganze emails still PH ein. Dieses P ... Dieses P. Das wegt mich auf. So. Dahalde ich Geld. Ich hab genug Geld. Glauben mir. Versprochen. Ich brauche nur einmal ... Ich hab Geld. Brauch nur einmal ... auf meine Bank Deutsche... Und ich hab Geld. Ich hab's doch nicht so viele. Aber ich hab Geld. Deswegen Beruh. das was ich habe das steigste verstehen wo ich hoffe dass wir verstehen ja gut leute aber wir werden jetzt erstmal ganz kurz weiter eigentlich freien gemacht vielen dank an denjenigen oder derjenige jetzt richtig nein ich werde jetzt sowieso noch ein bisschen was ausgeben deswegen was mit dem fluss er macht dann auch mit dem fluss oh man das ist so cute lasst mich ich bin erkältet ist mein stream verzögert mein stream ist halt immer verzögert ich bin voll stolz dass mein stream vielleicht nur fünf sekunden verzögert ja ja in unserer heutigen situation ist leider wirklich erkältet hast du ts oder disco oder was weiß ich also ich bevorzuge rts aber was hast du irgendwas von denen du fliegen das gestüm 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 und du bist wohl von denen du bist nicht der einzige der wohl ist du hast bestimmt irgendwas von denen oder entweder bestimmt ich wette ich hab das noch ich hab aber lady much wenn das irgendwie was damit zu tun hat ich hab das noch nicht das ist so ich ich bevorzuge lady much und mein pc ist im arsch ich hab versucht simpihost zu machen das hat wirklich nicht funktioniert weil ich forsch brauche und dabei habe ich forsch und ich check auf mich ich will medizin haben der karte hat eine zecke im hals vielleicht an mich raus oder am hals oder wie immer auch immer das müssen wir ich bin gesund weil wenn ich zwei wochen in quarantäne müsste müsste man so denken in zwei wochen habe ich bete das geht ey das ist ja das ist ja schlimm ich war selber nicht in mathe da atmen 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 wo? was? ja wo? wo kommt der denn jetzt her? hast du mit ihm gefluckt? dann das danke 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 schön soll ich den mit hier reinpacken? da rein da da darf ich den da wirklich mit reinpacken? ja nick mal doller das ganz ganz doll nicken bitte ja ich weiß deswegen also noch mal nick mal doller ganz doll muss ganz ganz doll nicken wenn ich ihn reinpacken soll ja ok ok gut ok 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 ich hab den wir wissen, wie leute das haben ja ja so wie strom so ich vermag ihn hier rein habe ich nicht gesehen wo ist er drin? ja wo ist er drin? ja wo ist er drin? ja wo ist er drin? weiß keiner als ich gerade einfach selber nicht mehr... Au! Ha! Ich hau! Der möchte sein Leuchtfeuer färfen. Ich schreibe... nein, die ganze Zeit... Ah, das kommt so rüber, als würde ich nicht schreiben können, aber ich kann schreiben. Diese Menschen, die immer... Boah, das Hühnchen stinkt echt, ich soll es echt mal rausräumen. Boah! Wolltes Thema. Ich hasse mich. Ich kann das wohl. Nein, schreibt man nämlich ohne A und E. Oder man schreibt... Nee! Das kann man auch machen. Autsch! Nein! Auf die Haut! Wisst ihr, was mein größter Wunsch ist? Startgekommen. Aber dass so viel geht, hab ich noch nicht. Ich hab zwar Geld, aber so gut. Aber es fehlt auch nicht mehr viel. Und... Oh, wie will ich mir die Gesellschaft hier drunter holen? Hat sie falsch angehört. Egal. Mir hört niemand zu, wenn ich jemanden anstupse. Ich stupse hier 18 Leute an und niemand hört mir hier zu. Niemand! Niemand! Bruder, reicht jetzt. Ich versteck den, okay? Darf ich den auch verstecken? Warten. Bis sein Nick zeigt... Okay, gut, okay. Okay, okay. Er hat sein Nick zeigt. Ich hasse Verzögerungen. Ich muss einfach einmal fragen und dann warten. So. Weh, ihr merkt euch das. Ich kriegt einen Anfall, wenn ihr euch das merkt. Vielleicht mache ich das einfach noch so eine Schicht hier. Ich hab gar nicht so... Höhe? Hm... Hm... das kann ja auch schon ruckzuck niemand mehr rüber wo bist du jetzt hin wenn er mir fragt ob er sich zu dieter mit hintermöchtern nach unten fliegen das einfach mal so zack ich guck mal wenn er hochgeflogen kommt aber wenn er kommt kann nicht so schnell links berufen warte ich komme mit panda fliegt hoch weißt du was ich mal einfach das spiel wieder aber das ist oben nein nein Buh Mach etwas Läschbimmel Mit Läschbimmel kommst du auch hier rein Das ist kein Ausweg Das ist doch nicht so unsicher gemacht Oh, ich hab gleich das Glas Hi Pass mal auf Guck mal Ich bin jetzt mal ganz gemein So Warum fang ich jetzt eigentlich schon wieder an zu lispeln? So wie so ein Fake lispeln Guck mal, das ist meine AFK Stelle hier Da setze ich mich in der AFK hin Also ab jetzt Und Da setze ich hier AFK Total toll, ne? Buh 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 Ich hätte hier von zwei Leuten angeguckt Ich bin mich irgendwie... Was ist das? Ist das eine Rainbow Dingsbums? Sieht total toll aus Oh, der Gürtel... Oh mein Gott, wartet mal Aber... Leute, ich bin's nicht gewöhnt mit Texturefix Ich glaube, ich werde mich auch nicht dran gewöhnen Ich hab mich ein bisschen dran gewöhnt Ich hab mich ein bisschen dran gewöhnt Aber ich glaube, ich werde mich sonst nicht dran gewöhnen Deswegen, es wird jetzt ganz kurz einmal kurz leggen Bis gleich! Oh, war doch nicht länger Okay, es ist auch wieder gewöhnungsbedürftig Aber... Ey Hör auf Hör auf! Ich will das nicht, bitte! Warte mal Warte mal Panderbier Panderbier Warum steht denn da der Name vom Kopf? Anno 1800 Oh Panda Hm Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Ich muss überlegen, wird mir hungrig. Äh, bin ich hungrig. Ich meine, zu dem einen Steak wiegen es in meinem Dings, ähm, ich hab den letzten Kopf, äh, er biegt mir auf den Kopf, so, und, ahhh, falsche, ah, warte mal, woher weißt du denn den Namen überhaupt davon, dass das jetzt gerade... Au, das ist voll auf mein Kopf, nein, Mann, nein, nicht mal zurück, haaaah, haaah, haaah, Punkt. Hallo, Freu... Oh, warte mal hier. Ja, gut, dann bleib ich halt alleine. So, muss das doch... Warte mal was. F3 war das, ne? Ne, keine Ahnung. Wie macht man nochmal diese Scheiße, aber ne, F7 war... Ne, F4 war... F6... F4... F4... Wie war nochmal das, dass man sehen konnte, wie viel... Ähm, welche Zahl-ID das... Welcher Knopf war nochmal, dass man die Zahl-ID sah? Ach, sie, die Zahl-ID... Guck mal, jetzt ist es da drin. Gut aufgehoben. Zwischen den anderen Items, der kommt noch ganz viel raus. Hallo, Panda-Biare... Total toll, ne? Boah, hört auf, ich hab Sounds an. Guck mal, der sieht voll verkackt aus, ne? Bitte nicht angucken, den hat Schöllchen gepixelt. Also er sieht natürlich nicht verkackt aus, das ist total schön so, aber... Oh mein Gott, verkackt. Ich hab da verkackt gesagt. Nein, also er ist nicht verkackt, er ist total schön. Mal nicht angucken, bitte. Nein, den dürft ihr ja später sehen. Geht weg! Du fliegst in... Ups, sorry. Blub. Du fliegst aber ins Wasser. Autos fliegen... Und verteilen... Auf den Händen. Und verteilen... Tief, nimm, 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 nimm... Oh fuck! Oh fuck! Au. Krachy, warum? wartet mal ganz kurz so langweilig aus jetzt egal gewöhnungsbedürftig ich finde auch die oh mein gott nein es leckt ich will auch die pink ex total wieder da diese schilder hier ja ich habe schon mal gesehen ich hätte so du liest hier in zukunft gar nichts mehr durch kollege aber du bist langweilig du fällst eh ins wasser mann geht weg ich krieg einen anfall mit euch ne so ich darf nicht mehr hallo wer wirft hier mit eiern oder eier ich kann so nicht arbeiten nein 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 ich nehme das nicht du kannst mich besichtigen hier kannst du dich auf den arsch lecken du seid gemein wisst ihr das vor allem du ich hoffe mir gehst du ja du ja du du bist gemein ja du bist gemein geh weg geh weg nein 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 nein不能 nein 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 euhhh Ich hab's ja schon gelesen. Geh weg. Ich kann das nicht mehr passieren. Nein. Nein. Oh Gott, Leute, ich glaube, ich muss das schon anders machen. Ich kann das wohl nicht machen. Ich kauf mir mehr. Jetzt hast du Labymod. Warte mal. Guck mal. Ja, vielleicht klein, obwohl ich noch keine Unterstriche habe. Kauf. Nein. Hast du irgendwelche? Ich hoffe, du hast keine Unterstriche dabei. Ich hab das... Ich. Bruder. Ich. Kauf. Bei. Magus. Ich hab schon wieder Magus falsch geschrieben. Digga, ich bin zu blöd, Magus zu schreiben. Ich kauf bei Magus. Ich hab... Du hast keine Magus. Du hast keine Magus. Ja, gut. Ich würd' sagen... Ja. Ich hab das eh vergessen. Ich hab's grad auch. Ich kauf... Ich kauf... Fähr... Bei... Na, guess. Bruder! Das war anstrengend. Das war anstrengend. Ich... Möchte euch jetzt eins sagen. Uh... 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 robool ob Мы das jetzt grad zu viel starten. Ich mach das jetzt gleich in Ruhe noch mal alleine. Ich werd' am 22. und vielleicht nochmal darp ich werd noch mal davon. Ich weiß nicht live sein. Ich anspreche es euch. Ich hab mich ganz so lieb und mit diesem Spruch sag' ich jetzt Geld... Bye mit Ei und w treats Schraubba ja das jetzt? Keine Ahnung... Er...